Was ist denn, Stannis raus? Kommandant Terbeck, euch ist da anscheinend eine Gruppe erbärmlicher Helden durchgeschlüpft. Weil es dir ruhig richtig ans Feuer anregelende kann. Ja, ich werde zu spielen. Ich bin los momentan, dann ist sie blöd. Es hört aus, als wenn sie doch wehren. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gute Arbeit, Kommandant! Aber offenbar sind die Eindringlinge nach wie vor am Leben... Die Eindringlinge hebe ich für nachher auf, ne? Ja. Ah, 150.000 DPS, mir gefällt's. Oh, das Kleinkampf schonmal weg. Ich hab's hingegen gekriegt. Ich hab's nicht verstanden, wovon. Der Dreadweaver muss sterben. Ich kann mich noch nicht wirken. Shadowbolt, Wally, unterbrechen. Unterbrauchen. Sehr schön. Der Dreadweaver ist noch nicht erbärmlich. Wissen eure Soldaten überhaupt, wo der scharfe Teil der Axt hängt? Warum haben wir hier zu zügig rausgekommen? Die sind aber gut. Machen's dann. Ah, läuft von mir. Hab. Die Waffe vor. Und ihr kümmert euch um dieses Gesocks. Sonst zeige ich euch, wie ein richtiger Ort mit Versagern umgeht. Jawohl, Kriegsflöste. Ich kümmere mich persönlich darauf. Meinen Eindringer. Ich habe es satt, euch wie uns dabei zuzusehen, die an einer eisernen Orte klamieren. Links ins Hammer. Genau. Hab kein Kick dafür. Ja. Jetzt kommt der Olli, ne? Ja. Re-Porten und... Nein, ich könnte ja nicht mehr vor. Ja, jetzt kick's. Jetzt zieh ich die Armee erst wenn er unten... Das ist mir zu risiko recht, dass da noch so ein Drecksburg aufkommt. Du hupst ihn da mit hoch, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, wenn er da hochfliegt... Nicht verbrennen lassen. Nein, mich hat's jetzt einmal getroffen. Das lädt immer noch auf. Ist es da? Kann ich noch nicht wirken. Diese Zolle ist uns nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Diese Zolle ist uns nicht bereit. Ey Arschloch. Im Pferd. Ach, wir haben nicht mehr auf. Kann ich noch nicht wirken. Die Zolle ist uns nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Ach du! Fick dich Kapitalismus unterbreche! Ich bin nicht... irgendwie verstärkenreich. Diese Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss hier ran. Raus. Pull direkt weiter. Oga steht rechts, läuft jetzt in die Mitte. Das war grad 10 Sekunden schneller als der letzte. Das lädt immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Oh Marcel. Abmaßens gestunt. Gerade keinen. In der Schuss, oder? Ja. Kann ich noch nicht wirken. Alter, fuck, komm auf. Ich bin dran, ich bin dran. Kann ich noch nicht wirken. Diese Zauber ist noch nicht da. Ich habe unsichtbarkeit. Passt auf, dass ihr euch jetzt nicht mitknüppelt. Ich bin dran. Ich bin dran. Was? Nachbocken bitte. Ist raus. Ich esse eben noch. Episch Pull ne? Raus Ich bin geführt Ich habe einen Binden-Schuss bei dem reingeschmissen, dass wenn der nochmal weggeht Stun-Dämon ist raus Massen-Stun auf Ansage, oder? Ja, warte noch Ja, aber brauchst du nicht mehr Oh, mach doch mal raus Ja, sonst hat der immer cooldown versagt Wir hatten ja letztes Mal irgendwas mit 8 Minuten, als wir hier waren Nee, nee Aber wir sind nicht schlecht in der Zeit Bin geführt Sonst komm schon mal mit durchs Tor, zieh ich den mit rein da, kann der Bus schon mal triggern Pass auf, er hebt sein Knüppel Scheiße, sorry Epi Ja, triggert, triggert, triggert Sorry Epi Fuck Portal kommt Mit ich steh und nicht wieder links, rechts irgendwie Jo, Chef Aber ich würde das Feuer auch eine Klappe, muss er ablehnen Ja, auch du, ich komm schon klar Dieser Zauber ist noch nicht bereit Kann ich noch nicht wirken? Zerspring All nach rechts Gespring Geht die mal? Ah, jetzt Waren wir ein bisschen langsam jetzt grad Ist das nicht prozentual? Eigentlich normal Das geht immer noch auf Boom Kann ich noch nicht wirken? Diese Zauber ist noch nicht bereit Das lädt immer noch auf Diese Zauber ist noch nicht bereit Zerstörung Links Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf Diese Zauber ist noch nicht bereit Was hab ich gefehlt? Ich muss die Magie verstehen Das lädt immer noch auf Das lädt immer noch auf Kann ich noch nicht wirken? Gut Dieser Zauber ist noch nicht bereit Problem nicht mit Epi? Kann ich noch nicht wirken? Boah, jetzt ist sie gar nicht mehr Aber landet Kann ich noch nicht wirken? Keine Pods ziehen, ja, denk dran Mhm Ich hab's dir gereinigt Ja, ich bin sowas von um Also steht nirgendwo drin Ich hab nen dicken CD drin in Epi, mal ruhig Nicht in meine Ist gut Epi, ich hab noch Cooler Anzug auf, falls was passiert Mach mit Schaden Mach mit Schaden Pets weg, Rudel an Lasse euch am Leben Steht uns jetzt noch einer? Nein Zieht in bis Pod und geht durch Ich komm mal hinterher Bis zum Kronleuchter da Okay Bleibt noch drin, solange ihr könnt Ich weiß nicht, wo sind die Viecher? Ja Hinten Gut Google ist aus Seid ihr hier, um die Zerstörung Stückenwinds Hauptnahme zu erleben? Der Zauber ist noch nicht bereit Kann ich noch nicht wirken Massenstun Ich bin sofort durch und pullen, wenn du willst. Oh ne, Epi muss weg. Epi, lauf rein, setz dich an. Jo, bin dabei. Pull in 3, 2, 1, pull. Gut, ich warte schon auf einen Kampf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken? Ich warte jetzt mit dem Kampf, wo ich schon taten länger, ja? Ja, ich sag dir Bescheid dann. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wie viel Prozent steigt die Abflugge? 55. 65. 55. Das so spät erst? Ist egal. Eure Hände! Die Flammen verschlingen! Ach ja, das ist so. Achtung, Sachen kommen. Oh, Alter, Scheiße. Wow, ich wurde gezogen. Verstecken läuft. Vorsicht, da kommt das Feuer, wo ihr seid. Und jetzt, du sterb dir. Bitch ist da. Ich hab gezogen, ne? Jupp. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin mir selbst noch nicht auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das Feuer, in uns auf. Ich kann noch nicht wirken. Bistig! Vielen Dank.